hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge haus flipper mit dem dlc garten flipper 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 wie auch immer wir kaufen uns heute ein haus und zwar das hier ja mal schauen wie die bruchbude aussieht denn unsere erste kleine hütte ok bis jetzt macht was her von außen zumindest außer dass es dreckig ist alles was kann man putzen kann man gleich damit anfangen hä ich will putzen hallo was ist ach das ist maulwurf so ein arschloch bleibt mal weg von mir was ist falsch mit dem maulwurf hau ab genau jetzt dürfte nichts mehr auftauchen geht zu eben von meinem fast nachbarn ja der maulwurf ist weg sehr schön aber das war ein ganz schönes riesen biste es kann alles weg das brauche ich erst einmal nicht hier so müll aussammeln ja das lassen wir jetzt erst mal gucken jetzt zu ach naja gut gut wenigstens an wir strom ja wir haben strom verkaufen 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 hehehehe ok alles verkaufen Die Nachbarschaft fühlt sich auf jeden Fall wohl Wenn ich das mache Ja Warum Warum Und das Bad So jetzt erstmal hier Grundreinigung reinbringen So Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher Das Fenster noch Ein bisschen Geld haben wir ja noch Schrubber Irgendwo ein Dreckfleck an der Wand Ne wow Aber Ja gut Das ist alles Schimmel Das ist alles Schimmel Ah stimmt Das habe ich hier vergessen In den Zimmern Fensterbretter reinigen Hier ist es Da ist es noch nicht Aber wenigstens sind keine Spinnweben irgendwo Äh Genau die Lampen muss ich dann auch noch verkaufen Denn ich will andere hier drin haben So Fenster putzen So Das gleich hinterher Ab ins nächste Zimmer Die Tür könnte man eigentlich geschlossen lassen Die nervt nur Oh die sieht Die sieht nice aus Äh Gut Ja komm Fenster sauber machen Ja Wir wollen unser Haus einrichten Das könnte das Schlafzimmer werden Das könnte das Wohnzimmer werden Das wird mein Das wird mein Das wird mein Wir müssen das da erst einmal machen Erst einmal alles verkaufen Was zu verkaufen geht Ja und der Rest wird jetzt aufgehoben Ne Die Tassen werden wir auf keinen Fall nutzen Da werden wir uns Anständiges Zeug kaufen Äh So jetzt Bevor wir die Tassen verkaufen Ich muss ja erstmal Klar Schiff machen So ähm Und jetzt geht's ans verkaufen Wir haben noch 4000 So kurz die Fenster reinigen Damit die Nachbarn zufrieden sind Und auf den rum zu meckern Äh Da war noch Dreck So Jetzt als erstes die Elektrik Die ist ganz wichtig Bevor wir hier einen kurzen kriegen Und uns das Haus abfackelt Rein 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 Das ist das einzige saubere im Haus Die Ja Steckdosen Ging ja schnell Ach ja Ich bin Single Ich brauche kein Kinderzimmer Ich mache mir ein schönes Arbeitszimmer Da kommt ein fetter Gaming PC rein Alter Ernsthaft Wie viel Ich sind alle Steckdosen im Arsch Dann richten wir erstmal Nur das Büro BZ her Äh Du Hier Das verbessern Garten Äh Das da Äh Das da Shop Fußboden Teppich Wir Nehmen Laminat Oder Oh hier haben wir so einen schönen Teppichboden So Und so Das war doch jetzt hoffentlich Teppich Teppichboden Ja Dann brauchen wir jetzt für die Wände Nehmen wir Farbe Aber was Oder nehmen wir Oh Wie sieht denn das aus Das würde mich jetzt mal interessieren Äh Fliesen Laminat Wir uns verlegen Das sind Fliesen Lol Ja Das sieht aber nice aus Aber äh Für ein Gaming Zimmer ist das auf jeden Fall nichts Ich könnte einen Durchbruch machen Sehe ich gerade Äh Äh Ne Ne Mach mal nicht Wir wollen jetzt erst einmal Die Wände ordentlich machen Wir streichen auf jeden Fall Das ist einfacher Und Zwar Nehmen wir Wir nehmen Das da So Was Ich will malern Hallo Ich brauche Gips Willst du mich verarschen Äh Das ist Hallo Ich will das hier weg haben Ah jetzt kann ich drüber malern Interessant 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 Ey das sieht man aber Das sieht kacke aus Dorte Naja was soll's Ach ich brauche erst Üb Lol Ich muss hier halt erst mal alles vergipsen Ja gut Ja gut Ja Aber wisst ihr was wenn wir schon mal dabei sind Hier kommen ja sowieso auch komplett neue Türen rein Äh die verkaufen wir später Das kann ja noch was werden Aber der macht hier gleich mal die halbe Wand Interessant Interessant Da und hier noch So zum was fertig Wir können weiter streichen Wir können weiter streichen Jetzt ist auch dieser weiße Streifen da weg Sehr schön Ich hab auch schon so ne vage Vorstellung wie ich mir das hier einrichte Ich hoffe das sieht dann auch so gut aus Wenn nicht wäre es ein Reinfall Jetzt sind wir jetzt ganz verarschne Jetzt kann ich da erst malen Leck mich doch in die Fresse Geschissen Dödes Haus Hätt ich mir doch mal lieber ein anderes gekauft Was soll's Äh so Sind ja gleich fertig hier Die Wand Machen wir anders Vielleicht machen wir die Wand anders Mal gucken Wie ich Lust und Laune hab So War das jetzt so fertig Ja Äh Ach ne Ihr wisst doch was Die Mama auch blau Wenn wir die Farbe schon immer hier haben Ist mir jetzt auch egal Äh das war ein Fehler Oh das reicht sogar noch Lol So Fertig Äh Auf jeden Fall Ist das Haus jetzt soweit fertig Jetzt brauchen wir einen Schreibtisch Aber das machen wir in der nächsten Folge Denn wir werden noch welche hier drinne brauchen Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen Wenn ihr den lassen doch mal oben da Lass Kommentare dran Ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Ich bin ein Rockstar Dancer Till ich drop My life is a party My home is the club My stage is the dance Your party Never Ich bin ein Rockstar Ich bin ein Rockstar Ich bin ein Rockstar Ich bin ein Rockstar